Ich geh jetzt wieder zurück, ich bin irgendwie ganz falsch hier erst mal. Nette Höhle. Aber ich bin jetzt ganz oben auf so einen Berg raufgeklitzelt, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, dann rechts rüber quasi. Okay. Ach da hinten, da hinten seid ihr. Siehst du, siehst du? Ja ja, ich hab einen gesehen von euch. Kiri Secret Höhle Mainz. Heißt die so? Jupp. Okay, dann haben wir die gefunden jetzt. Hab ich Fackeln mit? Ja. Zwei ein Abenteuer. Hier ist Cindersex, hier unten. Nein, Secret Höhle. Wer's letzt unten ist. Oh, hier ist Kohle und so. Wo seid ihr denn runtergegangen? Das ist bestimmt die Falle, ey. Hier steht doch Secret Höhle. Hier sind überall Löcher. Ich bin bei Cindersex. Bin ich bei Cindersex falsch? Äh, warte. Nee, eigentlich müsste der doch mit mir mitgelaufen sein, oder? Cinder? Crabson soll ich mal mit dem Knockback Track rücken? Nein. Nee, hier kommt man wieder raus. Das ist ganz falsch. Moment. Juhu, ich bin jetzt mal wieder oben an der Oberfläche. Ey, seid doch krank. Du bist doch rübergekommen, oder nicht? Da wo ich rumgehüpft bin. Guck mal, das ist ein Pfeil. Hier ist ein Pfeil. Seht ihr das aus den Fackeln? Abbauen untersagt. Sonst haue. Nein, nein. Da muss was Geheimes sein. Hier muss was Geheimes sein. Wo bist denn jetzt? Da, wo ich vorhin auch gewesen bin, wo du mich gesehen hast. Ich hab dich doch hier irgendwo gesehen. Und hier ist der Heilige... Da, da bist du. Hinter dir, hinter dir. Was? Wo denn? Was? Warte, du bleibst genau stehen, wo du bist. Ach, wir sind schon auf Obsidian 11. Ich denk schon, was ist denn das hier so für eine scheiße Zweite gerade? Da bist du okay, jetzt. So, wo ist Finna? Ach, keine Ahnung. Irgendwo da unten. Wo war jetzt die Höhle? Hier rein oder was? So, nee, nee. Pass auf. Guck mal, hier der Pfeil auf dem Obsidian. Ach, ehrlich, was ist dieser? Ach so. Sinna, du bist ganz falsch da hinten. So, hier. Das größte Geheimnis haben wir noch nicht gefunden. Das größte Geheimnis ist hier unten noch drin. Ja. Wir bauen in dieser Folge gar nichts. Wir räumen einfach rum. Ja. Macht nichts. Kiris bla bla bla. Was ist das größte Geheimnis? Hallo? Da kommen sie ja in. Die Unschuld von Kiri. Ja, ja. Die Unschuld der Kiri. Wo? Weiter gehen. Und der Sarg. Kiris Besitz. Okay. Und da hat ein Pfeil auf dem Obsidian rechts. Echt? Da ist ein Pfeil auf dem Obsidian rechts. Ey guck mal. Was ich noch gar nicht gesehen habe. Schaut mal da unten rechts. Da ist ein Pfeil auf dem Obsidian. Ja. Oh, warte. Ist da ein Pfeil auf dem Obsidian irgendwo? Ne, ne, ich sehe keinen. Abbau und der Sarg. Sonst haue. Nein, ehrlich. Kiri hat sich so viel Mühe gegeben hier. Was habt ihr geschrieben in der Zeit? Was hat sie doch geschrieben? Diese Höhle wurde von Kiri beschlagnahmt. So, und dann geht der Pfeil da lang. Das heißt, hier in den dunklen Gang rein muss man. Und hier ist... Ne, der Pfeil geht... Der Pfeil geht nach da, ja. Kann man die irgendwie zubauen? Ne, ne? Ja, stimmt. Ich hab nen Lava Eimer. Jetzt gibt immer einen Eingang. Versteh jetzt nicht. Ja. Versteh jetzt nicht. Wo sind die Hanna Jungs denn jetzt? Wo ist das Geheimnis? Wo ist das Geheimnis? I do custom run off. Hier gibt's nichts. Ihr Säcke. Wo bist du hin? Schatz der Kiri. Was, wo bist du denn? Wir machen den Dalu Card Klassiker. Das was ich am liebsten kann. Den Dalu Card Klassiker. Ne, das einzige was ich kann ist Sachen kaputt machen mit Wasser. Da bin ich richtig gut drin. Wo seid ihr denn jetzt? Oben. Wie oben. Krabs 1 zündet alles an. Krabs 1 zündet alles an. Was? Schneller. Lass doch wenigstens die Coolen hier noch raus. Hier ist Ende. Die sind glaub ich wirklich hoch. Also sperrt Dalu ein. Wieso? Ich bin doch draußen. Sperrt den Dalu ein. Sperrt den Dalu ein. Sperrt den Dalu ein. So viel Cooler aber sonst nichts. Die hat alles geplündert hier. Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Mal gucken, die sollen ein paar Screenshots schon mal machen für irgendeine Thumbnail. Jetzt schwimmst ich dich in das Loch rein Rusty. Wirklich oben? Äh, wo ging das wieder hoch? Einfach abbauen. Einfach alles abbauen weißt du doch. Ja, ja. Gut. Schied doch extra dran. Schied doch extra dran. Baut bitte alles ab. Ja, ich geh dann mal wieder zurück. Okay, dann lass mal zurück. Wo ist mein Minecard? Ich hab keins. Was hast du damit gemacht? Ich hatte nie einen. Ich bin rüber gelaufen. Ne, bisschen nicht. Doch, bin ich. Ehrlich. Schwimmgewalt. Schwimmgewalt. Schwimmgewalt, ja. So, wo geht's jetzt lang? Noch hier oder? Ja, nämlich hier. Achso, hier ist das Wasser. Es ist schon da, Lukard. Hat jemand Erde? Hat jemand Erde? Nein. Nein, ihr seid in einem ganz anderen Gang. Ihr müsst wieder runter. Ihr müsst den ganz anderen, den richtigen Ausgang finden. Was ist jedem schon gebaut worden? Boah, mit dir müssen wir TTT spielen. Basti. Du bist ja noch schlechter als ich. Wo drin? In Lügen? In solchen Geschichten erzählen. Guck mal das Wasser aus. Und den Kopf. Was habt ihr denn hier gemacht? Jetzt kommt man hier gar nicht mehr raus, ey. Ich hab gar keinen TTT. 2,99 Euro im Steam Deal. Hehehe. Keine Ausrede mehr. Dafür muss man die anderen Spiele auch erstmal alle haben. Wieso? TTT ist doch umsonst. Was kannst du umsonst tun? Ja, aber du brauchst... Garry's Mod, ja. 2,99 Euro. Und CS... Nein, brauchst du nicht. Nein, brauchst du nicht. Echt nicht? Nö. Wer hat ein Minecraft über? Vielleicht sollte ich das auch mal holen, jetzt für 2,99 Euro gerade. Hier liegt eins! Hier liegt eins! Macht Sinn, ja. Hier ist man das Feuer. Verdammt, ich hab das nicht eingesammelt. Es ist abgebaut. So, Cramps, bevor du das hier nämlich von mir nimmst, muss ich mir nimmst. Vorsicht! Basti, du Arsch! Bäumen! Wo muss man jetzt hin? Hier, danke. Hier. Niemals! Was geht mit denen? Die machen grad die Bahn kaputt und wir müssen gleich da her. Schnell weg! Cramps, hast du ein Minecraft? Nein, oder? Doch, du hast es in der Hand! Ich hab's gesehen! Oh mein Minecraft! Gib mir das Minecraft! Lass mich durch, du will doch haben! Ja, schwimm! Dalo, willst du zurück ganz schnell? Ne, ne, ist so witziger. Ich hab ein Schwert! Ich töte dich einfach! Da kommst du dahinten wieder raus! Ey, Basti teleportiert sich auch immer manchmal zurück. Ich hoffe, Basti stirbt jetzt! Basti verreckt jetzt! Was machen die denn da? Die haben noch hier vorne! Die haben keinen letzten Schritt Fortsprung gemacht! Hallo! Ja, Cramps, du traut sich nicht an die Schiene zu gehen! Komm Cramps, du willst doch nach Hause fahren! Hopp! Ich bin runtergefallen! Nein! Wer hilft mir rauf? Wer hilft mir rauf? Komm schon Cramps! Fahr doch ne Runde! Ich hab nur Bücherregale! Wer hat denn hier die Dings abgebaut, die Schiene? Wer war das bloß? Keine Ahnung! Wo ist sie, ne? Ich bin auf der Insel! Wieso? Suchst du noch Sprengpulver oder was? Ja! Echt jetzt? Raza, du kannst wissen, die Bücher gerne wieder abbauen! Alter, machst du das jetzt wirklich hier? Nicht! Nein! Kommt man auf den Obsidian! Hast du denn so ne Wackel weggemacht, du Amstel? Da, da, du kompile! Ich fahr schneller! Du kannst nicht an mir vorbeifahren, schmacken, weil auch wenn du noch ein fahrst! Ich frag nicht, wenn du vorbeifährst! Wann, wieso kann man hier nicht in der Fahrt abbauen? Kann man schon, du hast ein Abgebaut ist jetzt gerade! Lass dich mal stehen, sonst machst du die ganze Bank kaputt! Ich hab gar nichts abgebaut! Ja echt, wir müssen das nachher wieder reparieren! Bei dem einen bin ich selber stecken geblieben! Ey, hör mal auf die Schienen abzubauen, Junge! Ich hab nichts abgebaut! Nee, hast du nicht! Was ist denn hier vorne los? Wir holen auf! Ich seh Raza! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was soll das denn? Basti ist in der Auge gepickt! Basti ist sowas in der Wall! Nichts sagen, Basti! Ich hab mir keinen Minecraft gelassen! In meiner Aufnahme sieht man wahrscheinlich nicht da was hin! Und da hört man, wie ich hier halt ein Schreibtischung werf! Ich hoffe, Krabs ist auch schon da! Oder? Krabs warst du der zweite denn? Ja! Ja! Steig ab! Irgendwie... Habt ihr hier ne rote Fackel! Hier! Wow, mein XP! Jetzt liegen da meine Sachen! Hier, Dalo, für dich! Entschuldigung! Entschuldigung, Basti! Wir sind auf dem Weg zurück! Alter, ne! Ich sterb jetzt! Wo sind meine Sachen? Die liegen wieder? Ich kauf dir neue! Das waren Mega-Enchanted-Hypersachen! Du hattest Leder an! Ja, die Rüstung! Was habt ihr denn hier gemacht? Ich geh mit runter! Hopp! Ihr habt doch alle... Überlebt das gar nicht so weit nach unten! Was hattest du gehabt? Ich werf dir was zu! Äh, ich hatte ein Eisenschwert mit Knockback 2! So, das kann ich dir! Dann hatte ich ne Diamantachse mit Effizienz 3 und Glück 2! Mhm! Da war's noch, sag mal! Äh, ne Axt mit Effizienz 2! Hast du ein Pfeil im Bogen? Äh, äh, Eisen! Mhm! Müsst ihr die Bahn so kaputt machen! Nach der Aufnahme hole ich dir das Zeug neu! Könnt ihr überlegen? Klar! Dann gehst du in deinem Game-Mode und dann machst du's eben... Nein, nein! Nein, nein! Kannst gern mitkommen! Ich glaub ich hatte 6 oder 7 Glowstorm noch, aber die sind mir egal! Ich hatte alles, was ich brauchen... Ja, Quatsch! Aber das kann Basti schon wieder haben! Das machen wir eben so! Aber komm, Basti, das war witzig im ersten Moment! Ja, ja! Komm, komm mit dem Spiel, das du spielst! Vor allem... Ich dachte so, ja gut, dann schweigen keine aus! Wie blöd ihr! Ich glaub, Gruppenanzahl ist einfach zu hoch! Die Drogenanzahl ist zu hoch! Ja, stimmt, glaub ich, glaub ich auch! Gruppenanzahl zum Aufnehmen! Ach, Sprachgewalt baut das schon ab! Aber ich hab... Ich hab das extra so fertig gebaut! Ich dachte mir... Die Idee war sehr geil! Ja, hat ja auch funktioniert beim ersten! Der fuhr ja auch voll drunter und stößt sich die ganze Zeit den Kopf! Also da kann man doch... Absteigen, das sieht man doch! Hey, 31er Karte holt! Er hat's anscheinend nicht gesehen! So, wollen wir noch was vernünftiges machen, oder? War das nicht vernünftig? Hör sie da doch, oder? Ich wollte absteigen, hab aber rechts geklickt, wie's damals war! Das war das Problem! Diesmal steigt man ja mit Shift-Tab! Hier sind noch Dingschies auf dem Weg! Minecraft... Äh, Karten! Minecraft! Ich dachte immer Minecraft! Minecraft macht sich auch immer so lustig über mich, ey! Das sind keine Minecraft, das sind Minecraft! Minecraft kommt! So, wer will noch einen Minecraft haben? Minecraft könnte übrigens mein... Mein Tf-Channel heißen! Eins muss wieder hier hingestellt werden! Eins muss wieder hingestellt werden! Nicht, dass Kiri kommt und dann ist aber mal kein Kart mehr da! Ja, ist ja kein Wunder... Vor allem, weil die Strecke eh schon kaputt ist! Die müssen wir neu aufbauen! Ne, 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 ne! Pass mal auf, Freundchen! Hier hast du ein Kart! Ihr hört ja, wer es nicht mit aufbauen will! Ja! Also das Dachbeschädigung muss neu aufgebaut werden! Da ist neu aufgebaut, hier sind Schienen! Das sind die beiden Schienen, die da hinten drin fehlen! Eigentlich fehlt nur eine! Einfach nochmal ein schöner Rundgang durch die ganzen Gebäude! Passt nicht, warum hast du keine Klamotten mehr an? Dem gehört das auch nicht! Ja, ich hab's auch nicht! Springs! Dem gehört in das Haus! Regis Haus! Das hier ist Kiris! Hä? Großer Schwarzgeber! Raps, warst du das wieder? Im Keller ist Schwarzgeber! Hier, komm mit! Das Schwarzgeber hat's hier unten im Keller! Mal war ich's nicht! Warte mal, hier war doch mal irgendwo im Keller, oder? Wo ist denn das Lager hin? Wo ist denn das Lager hin? Hier! Hier! Was ist denn das hier? Uh, Lager! Da ist nur ne Höhle, da ist nix drin! Ja! Ich guck jetzt! Dein Keller braucht dringend eine Decke! Ob sie die Anspielung versteht? Oh, nice! Der war gut, Brother! Ja, der war super! Ob sie die Anspielung versteht? Ja, ja, ja! Natürlich haben sie den Gang nicht gebaut! Ja, das war doch klar! So'n Quatsch! Hab ich nichts mehr zu essen, ey! Jetzt verhunger ich! Ich glaub, den Daluk hat, muss er wieder die halbe Hütte voller Schilder stellen! Achso, dann bau doch den Block ab und dann geht er raus! Ich weiß nicht, was für ein Block das ist! Daluk sollte überhaupt keine Rechte machen! Geh mal weiter runter, geh mal weiter runter! Ich glaub, das war ein großer Fehler! Ja, ich glaube auch! Diese Entscheidung kann nur einstimmig von allen drei Personen rückgängig gemacht werden! Inklusive der, ne? Inklusive meiner Schilder! Hier fehlen leider jetzt Leiter, das ist das Problem! Geh mal weg, mein Sinner! Geh mal runter! Oh, du... Geh doch mal aus dem Weg und zerfrügel ich dich! Jetzt töten sie sich! Geh doch mal runter! Geh doch mal runter! Geh doch mal runter! Du hast mich gerade tot! Ich krieg da gar nicht mit! Ich muss mich doch mal aus dem Weg lassen! Sinner, geh doch mal runter! Ich kann doch nix machen, wenn du nicht runter gehst! Ich kann doch nix machen, wenn du nicht runter gehst! Ich mach jetzt einfach weiter hier, wenn du nicht runter gehst! Das macht Basti! Basti, was ist los für mich? Ey, du verbrügelst mich, du! Ich wollte zu euch! Das ganze Zeug ist weg! Was machst du denn? Warum bist du denn nicht runter in Gang? Du steck nicht, wenn du auf mich einschlägst, du Apfel! Ich hab dich eingeschlagen! So läuft das hier mittlerweile! Dein Zeug liegt doch in den Schacht! Kannst du hingehen und geh holen! Es geht alles den Bach runter! Ach du Scheiße, man kann den nicht mehr abbauen, den Block? Ne, weil der in der Spawn Zone steht! Irgendwie kommt der denn da rein? Den hab ich gesetzt! Ja, aber ich konnte den abbauen, aber der Sinner hat es ja nicht gerafft! Ja! Warte, hier liegt noch Minecraft! Hier, komm mal zu her jetzt! Minecraft liegt da noch! Ja, Minecraft bitte! Und wahrscheinlich unten noch was! Ja, mal ein Schwarzpulver! So, jetzt dürft ihr euch wieder schlagen! Jetzt bin ich dabei! Hier, ein Schwarzpulver hab' ich! Ich schmeiß' einfach hier oben hin! Der Sprachgewalt hat's auch vor! Was die, was war das? Verzaubertes Eisenschwert? Verzauberte Eisen? Irgendwas? Und... Alles verzaubert! Ach! Alles, ja ja! Alles deins! Einen Tierarzt, oder? Einen Tierarzt, oder? Ja, mit... Mir fehlen 27 Diamantblöcke da, du! Die kannst du oben auf dem Schwarzmarkt erwerben! Da, bitteschön! Hab' ich dir runtergeschmissen! Der verkauft doch nur Klausel-Sachen, weißt du? Richtig! Ist ja ruhig dir! An den Häusern steht ja dran auch Eigentum von Cramps One! Eigentum von... Da kannst du alles kaufen! Warte, warte! Und was ist das moderne Kunst? Ich hab' hier so'n komisches Schwert! Das gehört ich mir! Ja, liegt hier! Bei Spachenwald! Hier liegt so'n Müll rum! Wer den Strandmüll bitte abbaut! Das war nicht mein Holz! Das wollte ich euch nur wiedergeben! Und mein Diamantschwert ist auch ein Werkmalversaubertes! Ja, das ist...